Wir haben den Schatz zurück und meine Schwestern, aber sie sind jetzt Hühner, Subhanallah. Das wird schon wieder, Frau Jansen. Verliere bloß das Vertrauen in Allah nicht, dann wird alles gut. Ihr habt ja recht. Hey, Löcki, sprich mal die Wahrheit. Warum bist du wirklich hier? Ähm, was meinst du? Ich hab doch gesagt, ich soll mich zurückholen. Ja, das hab ich doch schon gesagt. Was ist denn jetzt noch? Ich hab es doch gesagt. Hey, hey, der Typ da hat das Schiff losgebunden und fährt mit seinem Boot weg. Oh nein, er hat den Schatz. Hilfe! Löcki, das bekommst du zurück. Verkrieg dich ruhig bei meinem Vater. Nun kann er sich gefasst machen, dass wir auf jeden Fall zurückkommen. Oh, schnell, Löcki. Ruder, Ruder, Ruder. Ich muss schnell zum Treffpunkt. To him belongs the star.